Mehr als 200 Gäste haben auf dem Gelände der SternMate GmbH & Co.KG in Wittenburg die Grundsteinlegung für eine neue Werkhalle gefeiert. Der 1998 gegründete Standort soll erweitert werden. Mit der neuen Werkhalle soll das sogenannte Werk 2 entstehen. Das Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 16 Millionen Euro umfasst auch die Anschaffung modernster Technik. Mit den in Wittenburg hergestellten Lebensmittelzusatzstoffen wie Vitamine, Mineralstoffe und Enzyme erreicht das Unternehmen einen Jahresumsatz von 120 Millionen Euro. Mit einem Warenexport in 120 Länder gehört SternMate zu den Marktführern weltweit. Nach der Inbetriebnahme des Werks 2 soll die Produktionskapazität von 40.000 Tonnen am Standort Wittenburg erheblich gesteigert werden. Vor 18 Jahren habe ich den Grundstein gelegt für den ersten Bau. Das war eine mutige Entscheidung. Und auch für den zweiten Bau eine riesige Entscheidung für unsere Company und ich glaube auch für die gesamte Lebensmittelindustrie in der Welt. Das ist schon eine tolle Sache und ich wünsche diesem Unternehmen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter viel Erfolg und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können schon stolz sein auf das, was sie hier leisten. Ich bin froh, dass wir schon vor Jahren weitsichtig geguckt haben und diese Fläche über mehrere Jahre akquirieren konnten, um jetzt einen großen Schritt in die Zukunft zu machen. Das zukunftsorientierte Vorhaben der SternMate GmbH und Co. KG wird von der Landesregierung mit einer Förderung in Höhe von knapp 4 Millionen Euro unterstützt. Am Standort Wittenburg werden im Zuge der Werkserweiterung 58 neue Arbeitsplätze entstehen. Und auch das, wie viel...